gut 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 aussieht wieder so komisch finster die geister kommen ich komme nicht mehr hoch ich bin jetzt nicht unter der karte oder das ist natürlich jetzt blöööööd ach hier bin ich Ah, ich verstehe. Aua. Muss ich den Weg hier nochmal lang gehen. Aua. Er wurde noch nicht feindlich gestellt. Von daher kann ich einfach weiter gehen. Schmeiß fliegen. Was geht das auch noch los? So, wir haben hier schon mal alles aufgeräumt. Gehen wir mal bis hier. Und hier speichern wir. Da muss ich rein. Da muss ich rein. Da muss ich nicht zurücklassen. So. Gut. Okay. Dann machen wir jetzt die Quest. Also, wir haben uns mit Skeletten zu tun. Mit Geister Apothekarii. Und, äh, ja. Da freue ich mich jetzt schon. Ich freue mir. Aber erst mal haben wir. Ah, wieso ist der nur Rang 1, verdammt. Was habe ich denn sonst noch? Mystischen Bogen beschwören. Mystisches Schwert. Nur der Bogen hat Rang 2. Das war ja. Und dann war ich. Ja. Ja. Dann war ich. Was ist das? Ja. Ich guck gerade mal hier so durch. Ich guck gerade mal hier. Du 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 du. Der hat nen Bogen. Alter Drecksack. Ich hab keine Mana mehr. Ja. Verdammt. Ich guck gerade mal hier. Wieso macht der so einen Schaden der Sch... Scheiße. Womit hat er mich getroffen? Womit. Womit. Warum kann das kein Schwert sein? Achse so langsam. Alter. Womit. 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 Gut. Ich muss da lang. Will ich alles noch erforschen? Oder. 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 Oder speichere ich aber. Benötigt ein Schlüssel. Also. Ich werde erstmal alles erforschen. gehen. ein. Ich höre da was. Ach. Leckt mich doch alle. Okay. Okay. mindestens zwei Skelette. Mindestens zwei Geister. Mindestens zwei Skelette. Mindestens zwei Geister. Verdammt. So. Ich könnte natürlich einfach einen Bären da reinsetzen. Gucken was der für einen Schaden hinkriegt. Ich kann aber nicht mehrere gleichzeitig. Ich. Der. Ahne. Was tun. Was tun. Was tun. Oh, erstmal kommt das hier weg. Das nervt. Ähm. Die kann man auch nicht gleichzeitig beschwören, ne? So ein Bären und so ein mystisches Dings. Ich glaub nicht, ne? Verdammt. Hä? Was hab ich denn jetzt so zauberaktiv? Den Geisterbären? Ach, den hab ich auf beiden. Hä? Warum? Ah, scheiße. Das war dumm. Dead was dumb. Dead was nicht, gut. Also gut, es sind Skelett und mindestens noch zwei weitere. Weißt du was? Wir gehen erstmal in die andere Richtung. Da geht's gar nicht weiter. Ach, Mann. Ich muss da rein. Da geht's ins Labor. Ich kann nur hier. Ich kann nur hier. Ich kann nur hier. Eins. Auch schick. Aber macht nicht genug Schaden. Ah. Irgendwas hat sie aufgeschreckt. Okay. So viel Glück hab ich nicht nochmal, ne? Dass ich nur das Skelett ziehen kann. Okay. Wenn ich den pulle, kommt der automatisch mit. Weil die haben sich im Blick. Und der hat einen Bogen hier, der Scheißer. Und das ist cool... Und der ist viel Glück. Ich muss da nachdenken. Das ist besser. Ich muss da nachdenken. Okay. Dann geht's das Gerät. Also, du willst du uns nicht aufschraussczein. Dann geht's das Gerät. Dann geht's das Gerät. Dann geht's das Gerät. Was ich gedacht? Der ist für ein Gerät. Wieso bist du hinter mir? Scheiße, jetzt sind sie beide wach. Geh weg, geh weg, geh weg du Bär. Haha, daneben, daneben. Geh weg, geh weg. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Scheißegal Wo ist mein heil Dings Wo ist er Wo ist er ja scheiße ja musste ich machen kampf ist vorbei und ich hatte ihn fast ne verdammt ein pfeil hätte noch gereicht ja ist das ärgerlich das dauert hat er wieder volle Lebensenergie ja 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 poplige Eichenbogen ja 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 Okay, so weit, so gut. Ach, der Pfad, der Pfad. Leeres Papier lesen. Das goldene Haus, nehme ich mit. Kann er meine Pfeile wieder mitnehmen, ne? Wieso denn auch nicht? Wieso denn auch nicht? Wieso denn auch nicht? Wieso denn auch nicht?